Weiß den Herrn. Aber schön, dass wir im Haus des Herrn sind. Und wir wollen mal direkt ins Wort Gottes hineingehen. Ich versuche mal, eine Bibelstudie auch zu Ende zu bringen an einem Tag. Deshalb direkt hinein ins Wort Gottes, und zwar Matthäus 24, die Verse 1 bis 8. Matthäus 24, 1 bis 8. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und dann möchte ich noch eine andere Stelle lesen, die das ähnlich beschreibt. In Lukas 21. Kapitel, Vers 7 bis 11. Lukas 21, 7 bis Vers 11. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen, große Erdbeben hier und dort und Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Die Stellen der eine oder andere hat sie bestimmt schon mal gelesen, kennt sie. Und um was geht es heute? Und es geht um das Thema, eine biblische Einstellung oder Haltung, die wir einnehmen sollten, während der Endzeit. Wir sagen, wir leben in der Endzeit und wir müssen da eine bestimmte Haltung haben, eine bestimmte Einstellung haben, wie wir in dieser Endzeit leben sollen. Und wenn wir sehen hier, die Jünger haben Jesus gefragt, ja wann wird das Ende sein, wann wird die Welt zu Ende gehen? Und das ist eine der drei großen Fragen, die sich die Menschheit schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auch stellen. Die eine Frage ist, woher kommen wir eigentlich? Die andere Frage ist, wieso sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unser Zweck? Oder die dritte Frage ist dann auch noch, wo gehen wir hin? Was ist danach? Hören wir einfach auf zu existieren? Gibt es ein Jenseits oder ist es nur hier? Und wenn wir hier aufhören zu existieren, wenn unser irdisches Leben vorbei ist, dann ist auch alles andere vorbei. Und so für diese drei Fragen gab es schon in der Geschichte hindurch viele verschiedene Ansätze und Philosophien und Theorien, die das beantworten wollen, so wie auch die Naturwissenschaften es heutzutage ebenfalls für sich beanspruchen, und jetzt die Antwort gefunden zu haben. Aber das ist nicht der Fall. Der Herr weiß, was sein wird. Der Herr weiß auch, was ist. Und der Herr weiß auch, was war. Er hat uns geschaffen. Er hat die Welt geschaffen. Er hat das Universum geschaffen. Für uns, die wir der Bibel glauben, ist das eine ganz klare Sache. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, wie wir Menschen aufgrund der Schrift, wie wir entstanden sind. Auch wenn die Bibel nicht ein wissenschaftliches Buch ist und es wissenschaftlich darlegt, aber das ist etwas, das der Herr auch niemals beabsichtigt hat mit seinem Wort. Er hat gesagt, so ist es. Und wer mir nachfolgen will, der muss einfach glauben. Und das ist schwierig für manche Leute, den Anfang schon zu glauben. Die können viele anderen Sachen glauben, aber beim Anfang haben sie schon als Probleme. Aber wir, wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wir glauben seinem Wort. Wir glauben auch dem Anfang. Und wir glauben dem, was dazwischen steht, aber auch, was am Ende sein wird. Und es ist ganz klar, wir leben in der Endzeit. Aber wenn wir den Begriff Endzeit hören, dann stelle ich mal die Frage in den Raum. Höchstens zwei Antworten nur, und zwar kurze. Aber die Frage ist, seit wann ist die Endzeit? Seit wann reden wir oder wird von der Endzeit von den letzten Tagen gesprochen? Wer möchte dazu sprechen? Nach dem Obergemacht. Nach dem Obergemacht, sagst du? Okay. Wer sagt noch was? Er hat aufgepasst, ne? Seit wann ist die Endzeit? Seit wann redet man, dass es die Endzeit ist? Wir haben einmal hier seit dem Obergemacht oder nach dem Obergemacht. Nein, das steht jetzt im Raum. Ja? Jetzt einmal. Ich denke mal, wo Jesus noch bei den Jüngern war, haben die dann gefragt, wann die Endzeit ist, wo sie mit Jesus spaziert bekommen sind. Da haben sie dann auch schon gefragt, wann ist die Endzeit? Wann ist die Ende der Reich aufrecht? Da haben sie schon gefragt, siehst du? Okay. Seit die Zeit der Apostel schon. Ja. Genau. Seit der Jünger, der Apostel dieser Zeit. Und Petrus bezeichnet das genauso schon, das seien die letzten Tage in der Pfingstpredigt. Wir lesen es nicht, ihr könnt es aber gerne nachschauen, Apostelische 2, Vers 16 bis 17. Weil er bezieht sich auf den Propheten Joel. Und der Prophet Joel bezieht sich auf die letzten Tage. Und er sagt hier, das ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. So, was wir hier sehen, wenn die schon gesagt haben, wir leben in der Endzeit, wir müssen bereit sein, der Herr kommt jederzeit, weil das Ende ist schon nah. Wie viel mehr leben wir in dieser Endzeit? Wir sind an dem, ich weiß nicht, letzten Drittel ist schon vielleicht zu viel gesagt, noch kürzer, wirklich in dem letzten, letzten Abschnitt sind wir, wenn der Herr wiederkommen wird. Und von welchem Ende wird hier jetzt auch gesprochen, wenn wir von der Endzeit reden? Und zwar, es wird gesprochen von dem Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter der Gemeinde wird bald enden. Und zwar, wenn der Herr seine Gemeinde zu sich ruft, wenn wir entrückt werden und sind bei dem Herrn, dann ist diese Endzeit vorbei. Die Gemeinde ist hinweggerückt worden von dieser Erde. Und dann geht es ja weiter. Wenn das passiert ist, also ihr könnt es gerne lesen über die Entrückung in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 58 für zu Hause, wir schlagen es nicht auf. Genauso, also 1. Korinther 15, Vers 51, ab da könnt ihr lesen. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel, Vers 13, da könnt ihr auch lesen. So, wenn die Gemeinde weg ist, dann ist die Welt noch nicht vorbei. Da wird die Welt noch nicht zerstört sein. Da wird es noch nicht einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Es ist nur die Gemeinde weg. Und dann haben wir eine Zeit, die beginnen wird, die wird schrecklich sein hier auf dieser Erde. Die Zeit der Trübsal. Und deshalb ist es so gut, dass wir ein Teil der Gemeinde sind, dass wir das nicht durchstehen müssen. Und ja, ich weiß, es gibt Spekulationen da draußen mit vor der Trübsal, während oder nach der Trübsal, wann die Gemeinde entrückt wird. Aber wenn ich die Schrift lese und so, wie ich die Schrift auch verstehe, werden wir dem Zorn Gottes nicht ausgesetzt werden. Der Herr wird seine Gemeinde vorher zu sich rufen. Und dann werden diese anderen schrecklichen Dinge alle geschehen. Denn warum sollte, weil es ist der Zorn Gottes, der da stattfindet. Warum sollte die Gemeinde dem Zorn Gottes ausgesetzt werden? Was macht das für einen Sinn? Was wäre das für ein Vater, der seinen Kindern bewusst seinem Zorn sich aussetzt, obwohl sie errettet worden sind? Warum sollte das sein? Es betrifft all diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören. Es betrifft die restlichen heidnischen Nationen. Und es betrifft nun mal auch sein physisches Volk, das Volk Israel, die Nation Israel. Die müssen durch diese Zeit hindurch gehen. Es sei denn, du bist ein Israelit und du tust Buße und wirst wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wenn du bist, dann gehörst du zu der Gemeinde und kannst mit hinauffahren und kannst dieser Trübsal entrinnen. Aber sonst bist du, wenn du ein Israelit bist, dann bist du dabei, wenn du so alt wirst. Dann das Nächste ist, das Tier wird überwunden. Wir sehen, der Antichrist wird dann regieren. Der Antichrist wird den Bund brechen, den er mit Israel gemacht hat. Es wird dann keinen Frieden geben. Es wird sich immer mehr und mehr zuspitzen, die letzten dreieinhalb Jahre in dieser Trübsal-Zeit. Aber dann wird es irgendwann Schluss sein. Der Herr wird diesem Antichristen, das auch als Tier genannt wird, wird ihm ein Ende bereiten. Satan wird gebunden werden für 1000 Jahre. Amen. Dann haben wir hier sozusagen das 1000-jährige Reich oder das Millennium. und erst danach wird es eine Zeit geben, wo es heißt, ein neuer Himmel und eine neue Erde wird der Herr machen. So das ist alles, nach der Endzeit passiert das alles. Wenn die Gemeinde entrückt worden ist, dann passieren diese schlimmen Dinge. Aber davor passieren schon andere Dinge. Was wir gelesen haben, das sind sozusagen die Wehen, die Vorwehen zu dieser großen Trübsal, die beginnen wird. Und es ist schon schrecklich genug, was alles in der Welt passiert. Die Kriege, die da draußen passieren, die Misshandlungen, die da draußen passieren und viele andere Dinge. Und das ist alles ein Vorzeichen, was kommen wird. Und jetzt ist die Gemeinde hier auf dieser Erde, der Geist Gottes, er wirkt hier noch durch seine Gemeinde. Und der Geist dieser Welt, er kann nicht machen, was er möchte. Er wird aufgehalten. Da ist eine Kraft, die so stark ist, der Heilige Geist, die er nicht kontrollieren kann. Diese Kraft kann er nicht bändigen und kann ja auch nicht widersetzen und bestehen. Das schafft er nicht. Und er hat nicht die freie Hand, auch wenn es so manchmal scheint. Der Herr hat immer die Kontrolle. Und selbst anschließend, wenn die Gemeinde entrückt wird, hat der Herr immer noch die Kontrolle. Denn wenn der Herr die Kontrolle nicht hätte, dann würde der Teufel, der Geist dieser Welt, das Volk Israel, in den ersten Minuten nach der Entrückung ausrotten. Der würde alle Nationen gegen Israel sofort bringen und würde Israel besiegen. Israel ist nun mal keine riesengroße Nation. Die haben nicht diese ganzen Technologien und Waffen, um sich gegen eine gesamte Welt und gegen den Teufel behaupten zu können. Aber der Herr ist immer noch da. Und der Herr regiert immer noch im Hintergrund. Auch wenn wir manchmal uns wundern, was passiert da draußen in der ganzen Weltpolitik? Warum lässt der Herr und dies und jenes zu? Der Herr hat seinen Grund. Der Herr hat das große Ganze immer im Blick. Er weiß, was er macht. So, auf jeden Fall, es ist interessant, über diese Dinge zu wissen. Es ist interessant zu verstehen, was für kommende Ereignisse da sein mögen. Aber Gott möchte, dass während wir in dieser Endzeit leben und mitkriegen, wie sich das alles zuspitzt, hin zu dieser Trübsalzzeit hin, da möchte er, dass wir eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Haltung dem Ganzen gegenüber haben. So, wir sehen, was wird es alles geben. Es wird einiges vergehen. Der Tempel wird vergehen. Das ist ja schon sehr bald passiert. 70 nach Christus war der Tempel zerstört worden. Zack. Das ist so relativ früh passiert, nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte. Und das wusste er auch schon. Das Nächste, was interessant ist, meiner Meinung nach, an den beiden Stellen in Matthäus und in Lukas ist, dass relativ schon am Anfang steht da, seht zu, dass euch niemand verführe. Also es werden viele verführerische Geister unterwegs sein. Es wird viele verschiedene Irrlehren und Ideen und Philosophien geben, die die Kinder Gottes vom Weg abbringen wollen. Und deswegen warnt er sie und sagt, lasst euch nicht verführen. Er wird auch sagen, dass einige werden unter meinem Namen kommen, werden sich darstellen, als seien sie ein Erlöser, ein Messias, ein Christus, ein Retter. Und werden vieles Schlimmes tun in seinem Namen und werden viele Menschen verführen. Und er wird auch sagen, ihr werdet Kriege erleben. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet Kriegsgeschrei hören und mitbekommen. Das ist alles schrecklich. Ein Krieg ist schrecklich. Die Taten, die in den Kriegen passieren, das kriegen wir ja alles gar nicht so mit. Wir kriegen ja nur einen Teil über die heutigen Medien auch mit, wenn mal ein Krieg passiert. Und manchmal erst Jahre danach, nachdem ein Krieg vielleicht vorbei war oder ein Konflikt gelöst war, kommen auf einmal noch mehr Gräueltaten hervor, die während dem Krieg passiert sind. Also das ist eine schlimme Zeit. Und jetzt sagt er, seht zu und erschreckt nicht. Und in Lukas sagt er, entsetzt euch nicht. So wir sehen das alles, wir erleben das alles. Es wird von Hungersnöten die Rede. Es ist von Erdbeben die Rede. Es ist die Rede von irgendwelchen Seuchen, also Pandemien und so weiter. All solche Dinge, das ist alles schon im Wort Gottes vorhergesagt, dass das kommen wird. Das wird sich nicht aufhalten lassen. Und da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen über irgendwelche Verschwörungen. Der oder jenes hat dieses Virus gezüchtet oder was auch immer. Die Bibel sagt, es wird so kommen und dann kommt es. Und ich meine, was hast du gewonnen, wenn du jetzt genau weißt, wer das gemacht hat? Ich weiß nicht, was du gewonnen hast. Du kannst sagen, super, ich wusste es. Aber mehr hast du auch nicht erreicht. Weil der Herr hat es so vorhergesehen in seinem Wort, dass das alles passieren wird. Was wir auch jetzt zum Teil schon alles erleben. Und wir sehen jetzt, dass wir alle sind davon betroffen. Es sind die Sünder da draußen betroffen von diesen Dingen, die wir hier zu sehen und erleben sind in der Endzeit. Aber wir auch als Christen sind davon genauso betroffen. Wir sind da keine Ausnahme. Und was löst so etwas aus, wenn wir das alles sehen? Es löst bei den Menschen allgemein. Das heißt, ob du Christ bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Bei den Menschen löst das Stress aus. Es löst Ängste aus. Es verunsichert die Menschen, diese ganzen Dinge, die sie sehen. Und das hat alles negative Auswirkungen auf Menschen und versucht aber auch, auf uns Auswirkungen zu haben. Und der Herr möchte, das ist die Haltung, die wir einnehmen sollen, ist, ja, ihr seht das. Ja, wir sollen vielleicht auch eine Art Anteilnahme haben, aber wir sollen uns davor nicht fürchten. Wir sollen nicht uns ängstigen. Wir sollen nicht in Panik geraten. Weil der Herr ist mit uns. Der Herr bewahrt uns, der Herr beschützt uns. Und der Herr hat einen Zweck und einen Wille für jeden von uns. Und wir können uns voll und ganz in seine Hände übergeben und dort bleiben. Und dann wird alles gut werden. Egal, was um uns herum passiert. Wir werden vieles auch hören und hören es vielleicht auch schon, wie die Leute Angst haben. Es gibt manche Leute, die haben, was jetzt mit der Pandemie ist, die haben eine solche Angst davor. Und dann gibt es wiederum andere, die gar keine Angst davor haben. Und ins komplette Gegenteil überschwappen und zu unvorsichtig vielleicht werden. Du hast also ein breites Spektrum an allen möglichen Dingen. Aber wir brauchen uns davor nicht ängstigen zu lassen. Lukas 21, Vers 26. Lukas 21, 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das, was wir jetzt erlebt haben, das ist nur der Anfang. Es wird auf dieser Welt nicht besser werden. Je näher wir zur Entrückung kommen, desto schlimmer wird der Zustand dieser Welt werden. Die Korruption wird weiter und weiter stattfinden. Die Korruption in der ganzen Moral, in der moralischen Vorstellung der Menschen wird schlimmer und schlimmer werden. Es sind Überlegungen und zum Teil auch schon Gesetze und so weiter erlassen worden. Nur als ein Beispiel über das Thema Pädophilie. Pädophilie, also mit anderen Worten, ein volljähriger Mann, eine volljährige Frau vergeht sich sexuell an minderjährigen Kindern. Und das Ganze wird einfach als eine sexuelle Präferenz angesehen. Also das ist einfach etwas, worauf diese Person halt mal steht. Es gibt Menschen, die stehen auf Blonde. Es gibt Menschen, die stehen auf Brünette, auf Schwarzhaarige. Es gibt Menschen, die stehen halt auf das gleiche Geschlecht. Es gibt Menschen, die stehen halt auf Tiere. Und es gibt halt aber auch Menschen, die stehen halt auf kleine Kinder. Dafür können die nichts. Und das ist dieser verdorbene Geist dieser Welt. Und diese Korruption, dieser Verfall der Moral und des geistlichen Wesens der Menschen, der nimmt weiter zu. Das ist schrecklich für uns, wenn wir das hören, aber wir werden es nicht aufhalten können, weil es so vorgesehen ist. Es ist die Sünde, die das bewirkt. Und wenn die Menschen die Sünde regieren lassen, dann wird es schlimmer und schlimmer werden. Es wird nicht besser werden. Und viele der Dinge, die gab es auch schon früher. Nur heutzutage wird es öffentlich. Nur heutzutage werden die Dinge legalisiert zum Teil. Und alles ist in Ordnung. Wir sehen genauso das Thema Abtreibungen. Ja, das nimmt zu und wird immer schlimmer. Und das ist nun mal der moralische Verfall. Es sind Lebewesen, die getötet werden. Und dann heißt es, ja, nein, aber ich bin die Frau, ich bestimme über meinen Körper. Aber was ist mit dem Leben, was in dieser Frau, dieses potenzielle Leben, was hervorkommen möchte, das wird zerstört, das wird getötet. Und das ist alles mittlerweile in Ordnung. Und wer, man sagt etwas dagegen und sagt, nein, das finde ich nicht in Ordnung, das ist Mord, das macht man nicht. Dann bist du auf einmal ein Fanatiker. Dann bist du nicht nur mehr konservativ, du bist intolerant. Du bist einer, der Hassreden verbreitet gegenüber diesen armen, armen Frauen. Und dann wird das versucht, man versucht es irgendwie dann auch zu rechtfertigen, indem man sagt, ja, aber was ist mit der armen Frau, die ein Opfer wurde einer Vergewaltigung? Möchtest du diese Frau jetzt zwingen, dass sie dieses Baby austrackt oder auf die Welt bringt? Und das sind dann die Argumente, die dann kommen. Aber wie viele Abtreibungen finden statt aufgrund von so einem schlimmen Vergehen wie einer Vergewaltigung? Die Vergewaltigung ist schlimm. Ich möchte nicht sagen, was man demjenigen antut, der das gemacht hat, das behalte ich für mich, aber nichts Angenehmes, weil das ist nicht in Ordnung. Aber trotzdem rechtfertigt es ein weiteres Leben, ein potenzielles Leben zu zerstören. Und so diese Fälle sind aber nur ganz, ganz wenige. Und man möchte mit diesen ganz wenigen Fällen all die breite Masse dadurch rechtfertigen, die einfach unmoralisch leben. Die einfach wie in Sodom und Gomorra ihren sexuellen Begierden nachgehen. Jeder springt mit jedem in die Kiste. Ups, jetzt bin ich schwanger geworden. Nein, ich fühle mich jetzt noch nicht so weit. Das passt aber nicht in mein Lebenskonzept hinein. Treibe ich halt einfach ab. Und über das möchte man so nicht reden, weil das klingt zu böse. Das ist, nein, nein, so kann man das nicht sehen. Aber mit dieser ganz kleinen Minderheit an Fällen möchte man alles andere wiederum rechtfertigen. Aber weißt du, ich glaube daran, dass sobald eine Befruchtung stattgefunden hat, ein männliches Spermium und eine weibliche Eizelle, wenn die zusammen sind und es sind zu einer Zygote geworden, also eine befruchtete Eizelle, die sich eingenistet hat in die Schleimhaut, dort im Gebärmutter, dann reden wir von einem potenziellen Leben. Das ist nicht einfach nur ein Zellklumpen, wie viele gerne sagen möchten. Das ist nicht nur ein Zellklumpen. Das ist ein potenzielles Leben. Und ich bin der Meinung, dass schon ein potenzielles Leben hat schon einen intrinsischen Wert, einen Wert an sich und dieser Wert, ein Mensch zu sein. Und nur weil dieses potenzielle Wesen, ich bin gerade vom Thema abgekommen, aber egal, weil nur weil dieses potenzielle Wesen noch nicht sprechen kann, noch kein so Bewusstsein hat wie andere und ein paar andere Dinge nicht hat, wie ein ausgewachsener Mensch oder ein ausgewachsenes Baby oder vollentwickeltes Baby, ist es dennoch ein potenzieller menschliches Wesen, das getötet wird. Und weil wenn wir verschiedene Kriterien anlegen und sagen, ja, nein, nur wenn jemand Bewusstsein hat, dann ist das ein Leben. Ja, was sollen denn die ganzen Leute im Koma machen? Darf ich auch abschalten, kann ich sie auch töten, ist ja kein Problem. Also ich rede von Menschen, wo man weiß, die sind im Koma und die Wahrscheinlichkeit ist, die können vielleicht wieder erwachen, man weiß es ja nicht, zum Beispiel. Oder was wäre, es liegt einer im Koma für genau neun Monate, Herr Becker, sozusagen. Und das sind so verschiedene Dinge, die man versucht anzusetzen, um das Töten von einem potenziellen Leben oder sogar einem Leben zu rechtfertigen. Ich habe da mal, das ist jetzt provokant, einen Spruch gelesen, er sagt, wenn die Leute auf dem Mars oder so ein Bakterium finden, dann reden sie, sie haben Leben auf dem Mars gefunden. Aber zu dem potenziellen Leben, was in einer Frau heranwächst, das wollen sie nicht als Leben anerkennen. Das kann man töten. Da siehst du halt auch ein bisschen so, das ist sehr provokant und plakativ, ich weiß, aber da siehst du, wie auseinander das geht und wie falsch oder wie stark die Moral der Menschen schon gefallen ist. Und das wird alles weiter zunehmen, um wieder mal zurückzukommen zu dem Thema. Und das ist für uns schrecklich, ich weiß, und wenn man davon liest, wenn man davon was hört oder etwas sieht, dann lässt das einen nicht irgendwie komplett unberührt. Aber wir sollten uns nicht von dem Ganzen gefangen nehmen lassen und bitter werden. Diese Menschen da draußen, die sind gefangen von dem Geist dieser Welt. Ihre Denkweise, ihre Moral, die ist deshalb so korrumpiert, weil sie sind gefangen in der Sünde. Die können nicht anders. Erst wenn sie befreit worden sind, wenn sie aus der Finsternis herauskommen in sein wunderbares Licht, wenn sie wiedergeboren worden sind aus Wasser und Geist, erst dann ist es wirklich möglich, dass die Moral der Menschen sich wieder ändert. Und das ist eines der vielen Dinge, die der Herr macht, wenn wir zu ihm gekommen sind. Aber jetzt wollen wir nicht zu lange darauf eingehen. In diesen ganzen komischen Dingen, die da stattfinden, da hat Gott die Gemeinde hineingeworfen mit ihrer Mission. Wir sind da mittendrin in dem Ganzen. Und zwar unsere Mission ist es, die Verlorenen zu erreichen und gleichzeitig, dass wir als Gemeinde unsere Identität und auch die Heiligkeit bewahren. Wir sollen Seelen gewinnen, wir sollen eine Identität haben, die ganz klar anders ist als die Identität der Welt. Und wir sollen achten, dass wir weiterhin die Heiligkeit oder die Heiligung bewahren, die wir durch den Herrn bekommen. Das ist ja nicht unsere eigene. Und in diesem Ganzen drumherum. Wie sollen wir uns also verhalten in diesem Ganzen? Mit welcher Haltung sollen wir dann in dieser Endzeit leben? Und Jesus hat das vorher gewusst. Er wusste, dass das passieren würde. Er wusste, dass die Gemeinde sich in so einer Umgebung aufhalten wird und diesem Stress und diesem ganzen Zeug ausgesetzt sein würde. Deswegen hat er schon gesagt, in Matthäus, haben wir vorhin gelesen, 24, Vers 6, Seht zu, schaut es euch an. Ihr könnt auch Anteilnahme haben, aber erschreckt nicht. Lasst euch nicht verrückt machen. Bekommt keine Angst. Oder in Lukas 21, Vers 9, was wir auch gelesen haben, so entsetzt euch nicht. Oder seid total von dem Ganzen so eingenommen, dass ihr nichts anderes mehr machen könnt. Momentan, was man sieht in dieser Corona-Pandemie, die wir haben, habe ich das Gefühl, dass manche einfach zu viel Zeit zu Hause hatten. Und dadurch sind zu viele Verschwörungstheorien verbreitet worden und groß gemacht worden. Und es gibt Menschen, die befassen sich mit diesen Themen. Manches mag stimmen und vieles davon mag überhaupt nicht stimmen. Aber du siehst auf einmal, wenn sie Kommentare schreiben, man sieht als ein Prozess. Am Anfang, wenn man eine Person kannte, dachte man, das ist immer so ein Sonnenschein gewesen, toll und so weiter. Jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, wow, diese Person, die ist sehr verbittert auf einmal geworden. Die hat das so mitgenommen, das Ganze, was sie sich da reingezogen hat, dass das den Gemütszustand dieser Person so verändert hat. Und deswegen warnt uns der Herr, wir sehen das, wir kriegen das mit, aber wir sollen uns von dem Ganzen nicht vereinnahmen lassen. Weil das hat Auswirkungen oder versucht, Auswirkungen auf uns zu haben, auf unseren Geist, auf unsere Verhaltensweisen. Und dann hauen diese Leute Kommentare raus und so weiter, wo du sagst, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das tun. Aber sie haben sich davon zu sehr vereinnahmen lassen. So, Gott möchte zwar, dass wir vielleicht gerührt sind von den Dingen und auch überführt werden manchmal, weil manchmal, wenn wir die schlimmen Dinge sehen, und dann merken wir, ja okay, ich habe vorher auch immer gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Aber wenn ich jetzt sehe, wie das weiter sich entwickelt hat, dann sehe ich, oh, das ist doch schlecht und das kann uns dann überführen auch. Das ist in Ordnung. Aber wir sollen uns nicht dafür verrückt machen lassen und beunruhigen lassen. So, wenn falsche Propheten aufkommen, Krieg haben wir, Hungersnöte haben wir, Pest haben wir, Straftaten und ganz, ganz große Missentaten, all das kommt zusammen und das sind alles vorhergesagte Ereignisse von dem Herrn, dann müssen wir einfach dieser Ermahnung folgen, uns ruhig bleiben. sagen, Herr, du bist da, Herr, du bist mein Schutz, Herr, du bist meine Hilfe, Herr, du weißt, warum alles passiert, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, ich finde vieles vielleicht furchtbar, was da draußen passiert, aber Herr, bewahre mich, bewahre meinen Sinn, bewahre mein Herz und hilf mir, dass ich meinen Fokus nicht auf diese Dinge nur richte, sondern dass ich meinen Fokus auf dich gerichtet halte und das tue, wozu du mich gerufen hast. Und das ist, ein Kind Gottes zu sein, zuallererst einmal eine Beziehung mit ihm zu haben und natürlich Menschen für den Herrn zu gewinnen. Dass denen das erspart bleibt, was nach der Endzeit stattfindet. Oder, wenn sie vorher sterben, dass das Gericht ihnen erspart bleibt, die Verurteilung oder die Verdammnis. Das ist das, was auch der Teufel möchte. Satan möchte, dass wir uns sehr erschrecken von den Dingen, die um uns herum passieren, dass wir selbst in Panik geraten, dass wir selbst Angst bekommen, dass wir uns zurückziehen oder, wie gesagt, dass wir bitter werden und, und, und. All das, damit wir ja nicht unseren Lebenszweck, den der Herr uns gegeben hat, erfüllen und dass wir ja nicht die Mission der Gemeinde erfüllen. Das ist alles, was er damit auch erreichen möchte. Das ist so ein toller Nebeneffekt für ihn. Ansonsten, was er erreichen möchte, ist ganz einfach Zerstörung. Er hasst die Menschen. Er hasst sie, weil die Menschen die Möglichkeit haben, den Platz einzunehmen, den er verloren hat. Beziehungsweise eine Ewigkeit zu haben, die er nie wieder haben wird. Und dafür hasst er uns Menschen. Und er sieht uns Menschen als Wesen, als minderwertige Wesen. Guck dir mal diese schwache Geschöpfe an. Schau dir mal an, wie einfach ich die manipulieren kann, was ich mit denen alles machen kann. Und für sowas, für so einen Dreck bist du gestorben. Ha, ich zeige dir mal, wie dankbar die sind, dass du für sie gestorben bist. Und dann machen sie diese ganzen Schandtaten. Und du siehst förmlich, wie der Teufel immer wieder hochschaut zu dem Herrn und sagt, da, schau sie dir an, schau sie dir an, ha, ha, ha. Und das ist das, was er tut die ganze Zeit. Aber der Herr ist noch da. Der Herr hat noch ein Volk, das hinausgeht, das Wort Gottes predigt und diesen Leuten die Augen öffnen kann durch das Wort, durch unser Zeugnis, dass wir sein sollen. Und die Menschen können wieder, die können befreit werden und die Ketten können von ihnen fallen und sie können wieder geboren werden aus Wasser und Geist. Und das ist etwas, das der Teufel hasst. Und deshalb werden wir als Gemeinde und wir als Einzelne auch bekämpft. Er bekämpft uns deshalb, weil er auch nicht möchte, dass wir ein Zeugnis sind, wo immer wir sind. Dass wir zu beschäftigt sind mit allen anderen Dingen und kein Zeugnis sein können. Und mit Zeugnis sein meine ich nicht einfach nur hinausgehen und über Jesus zu reden, das ist ein Teil davon, sondern unser Leben, wie reagieren wir auf Situationen. Das ist unser Zeugnis. Und da versucht er, dieses Zeugnis zu zerstören. Und das versucht er mit jedem. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt im Chor singst, ob du in der Sonntagsschule bist oder ob du ein Prediger bist, Missionar bist oder was weiß ich, was du alles Tolles bist. Es spielt gar keine Rolle. Der Teufel versucht, das Zeugnis von all diesen Leuten kaputt zu machen. Weil er weiß, wenn er das geschafft hat, kann er einen großen Kollateralschaden anrichten. Wenn du also siehst, wie viele Pastoren zu kämpfen haben und wie viele Pastoren von dem Geist dieser Welt zur Fall gebracht worden sind. Vielleicht kriegst du nicht alles mit. Das ist auch gut so. Mach dir keine Sorgen. Aber wenn das der Fall ist, dann sind viele andere, die da mitgerissen werden. Weil sie sind auf einmal enttäuscht. Sie sagen, wenn es den trifft, dann kann es ja nicht die Wahrheit sein und, und, und. Und da sehen wir, obwohl wir es nicht wollen und dagegen predigen, es gibt immer Menschen, die mehr auf den Prediger oder auf den Dienst schauen, als auf den Herrn zu schauen. Ja, ich weiß, Paulus sagt, folgt mir, wie ich Christus folge. Ist schon gut. Aber unser Hauptfokus muss der Herr sein. Wenn mein Bruder und meine Schwester nicht mehr mit dem Herrn gehen, gehe ich weiter. Wenn mein Pastor abfallen sollte, dann gehe ich trotzdem weiter. Aber viele Menschen werden dann desillusioniert und sie gehen von dem Herrn weg. Und das weiß der Teufel. Und deshalb bekämpft er alle Menschen, die in ihrem Dienst zu dem Herrn so exponiert sind. Die predigen, die halt sichtbar sind von vielen Leuten. Weil das bringt oft einen größeren Schaden als jemand, der nicht so einen Dienst von dem Herrn hat und dann abfallen würde. Weil mit der Leitung kommt auch Verantwortung natürlich und Einfluss einher. Und das weiß natürlich auch der Feind. So, in 2. Petrus 3, Vers 11 steht, 2. Petrus 3, 11, Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann stehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Hier ist die Ermahnung. Wenn das alles zergehen wird, da ist gar keine Frage, das könnte vielleicht anders sein. Nein, es wird so sein. Es wird so kommen. Es wird sich weiter zuspitzen. Es wird immer schlimmer werden. Dann müssen wir umso mehr feststehen in dem Herrn. Feststehen in der Lehre. eine feste, innige Beziehung mit dem Herrn haben, damit wir heilig vor dem Herrn wandeln können. Es werden also viele falsche Lehre aufkommen. Es wird viel falsche Lehre verbreitet. Das sehen, hören und lesen wir immer mal wieder. Das ist ganz so. Das ist nun mal so. Aber der Teufel versucht auch noch etwas anderes, um die Christen daran zu hindern, bereit zu sein. Er versucht, ein Bewusstsein in den Menschen zu schaffen, dass das dauert alles noch. Da gibt es Lehren, zum Beispiel schon damals, die sagen, Jesus ist schon wiedergekommen. Jesus kommt nicht mehr wieder. Nein, nein, das ist vorbei. Ein weiteres Kommen von dem Herrn und eine Auferstehung, eine weitere, das wird es nicht geben. Das ist alles schon passiert. 2. Timotheus 2, Vers 15-19 lesen wir das. Ich lese es mal vor. 2. Timotheus 2, Vers 15, angefangen. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener, unteiliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz. Das ist immer ein sehr guter Rat, sich von sowas fernzuhalten. Denn es führt mehr und mehr zu gottlosen Wesen. Und ihr Wort frisst es um sich wie der Krebs. Es fängt klein an, aber es wird schlimmer und schlimmer werden. Unter ihnen sind Hymenos und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Aber das ist noch nicht alles. Das Schlimme daran ist noch, und bringen einige vom Glauben ab. So, das wird es geben. Auch aus den eigenen Reihen heraus sozusagen, werden Menschen aufstehen, die eine falsche Lehre verbreiten werden und andere zum Abfall bringen werden in dieser Endzeit. Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Der Herr weiß, wer zu ihm gehört. und das ist das Gute, wenn du nah bei dem Herrn bist, wird der Herr dich auch an diesem Wissen teilhaben lassen. Du wirst merken, mit ihr, mit ihm, da stimmt irgendetwas nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich kann es noch nicht festmachen, in der Anfangszeit vielleicht, aber irgendwas ist da, wo wir aufpassen sollten. Und das spürst du als im Geist Gottes, ohne manchmal konkret was zu wissen. Und dann vergeht die Zeit und du siehst dann irgendwann offenbart sich mehr und mehr, dass der Heilige Geist dich zurechtgewarnt hat. Und die Person, die Sachen, die Dinge, die sie denkt, die Dinge, die sie macht und sagt, die werden dann irgendwann offenbart werden. Wenn der Herr es für richtig empfindet, wird er das so tun. In 1. Korinther 15, Vers 12 bis 22, brauchen wir aber jetzt nicht zu lesen, nur mal genau aufschreiben, 1. Korinther 15, Vers 12 bis 22, da werden einige sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten, steht da drin. Und dann sagt er weiter auch hier, der Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. Also es gibt Leute, die sagen, der Herr ist nicht auferstanden, er ist gestorben und das war es dann. Wenn das nun der Fall ist, dann ist alles andere im Wort Gottes für uns völlig uninteressant. Weil darauf baut es ja auch auf, dass der Herr für uns die Sünde überwunden hat. Er ist für uns gestorben, aber ist für uns wieder auferstanden von den Toten. Das ist nicht nur der Tod, der wichtig war, sondern die Auferstehung. Nicht nur das Opfer, sondern auch hinterher, das Wiederauferstehen ist so wichtig. So, das könnt ihr mal in Ruhe auch lesen, in Vers 20 davon. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Mit anderen Worten, er ist von den Toten auferweckt als Erster und es werden weitere Folgen, die von den Toten auferstehen werden. Und das wird auch sein in der Zeit, in der der Herr wiederkommt für seine Gemeinde, wo seine Gemeinde, wie wir sagen, entrückt werden, also von einer Position zu einer anderen gebracht werden und zwar schnell, in einen Augenblick, das heißt von dieser Erde zu ihm genommen wird. Da werden die Toten, die in Christus gestorben sind, deren Leib gestorben ist natürlich nur, die werden auferweckt werden. Zuerst war es der Herr und danach wird es eine Vielzahl anderer geben, die dann auferstehen werden. Und das Nächste, was gerne gesagt wird, auch damals schon, Jesus Christus kommt nicht wieder. Er kommt nicht wieder. In 2. Petrus lesen wir das, 3. Kapitel 3 bis 9, auch das werden wir jetzt nicht alles lesen, da ist die Rede von, in den letzten Tagen werden Spötter aufkommen. Die werden dann sagen, ja was ist denn los, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Wann denn? Wann soll er denn kommen? Komm, ihr sagt doch, die Zeit ist nah, ihr predigt ja immer, macht euch jetzt bereit, der Herr kommt jederzeit. Ja, das habt ihr aber da vor 10 Jahren auch schon gepredigt. Oder unser einer würde sagen, ja das haben die damals schon gepredigt, das hat mein Ur-Ur-Ur-Großvater damals gepredigt, das hat mein Großvater gepredigt, das hat mein Vater gepredigt und jetzt bin ich da und predige das, ja was soll das? Und dann wird es Spötter geben, die werden sagen, ja wie, wenn er sagt, der wird nicht mehr wiederkommen, vergiss es. Das ist ein Märchen, das habt ihr euch alle ausgedacht. Denn wenn das so nah gewesen wäre, wie das die Apostel damals gesagt hätten, dann wäre er ja schon gekommen. Also haben ja schon die Jünger Jesus damals eine falsche Lehre verbreitet. So kann man das Wort auch drehen und wenden, dass man so etwas sagt. Einfach, weil der Teufel möchte nicht, dass die Menschen bereit sind für das Wiederkommen Christi. Er möchte das nicht. Oder das Nächste, Jesus Christus verzögert sein Kommen, also nach dem Motto, er kommt noch lange nicht. Ja, ja, er wird schon irgendwann wiederkommen, glaube ich schon, aber bis das passiert, da ist noch viel Zeit. Lebe doch jetzt erstmal dein Leben. Genieß doch einfach mal die Zeit. Du bist noch jung, du hast noch so viel Potenzial, du kannst noch so viele Dinge tun. Genieße das Leben, tu, was dir Spaß macht, folge deinem Herzen, folge deinen Träumen, verwirkliche dich selbst, tu etwas mit deinem Leben und dann später, wenn du das erreicht hast, wofür du so schwer gearbeitet hast, dann wird es Zeit, dass du dann dich zum Herrn wendest, so an deinem Lebensabend. Dann hast du alles erlebt, was du möchtest, weil bis der Herr kommt, das dauert noch. Mach dich nicht verrückt. Und das ist auch eine Lehre oder eine Denkweise, die der Teufel versucht zu verbreiten, dass wir, er wird es nicht mit so offensichtlichen Worten sagen, aber er wird versuchen, dieses Gefühl zu vermitteln. Es ist noch viel Zeit. Der Pastor da vorne macht nur Panik. Der übertreibt nur ein bisschen da vorne. Mach dich mal nicht verrückt. guck dir mal, wie lange diese Gemeinden schon da sind. Ah, die sind doch schon hier seit 30 Jahren und seit 30 Jahren sagen dir das schon, da ist noch Zeit. Mach dich nicht verrückt. Guck dir mal die Weltgeschehnisse an. Schau doch mal einfach in den Zeitungen rein und das ist auch so etwas, wie er verführt, dass er dann sagt, da siehst du ja, wie die Situation sich zuspitzt und da kannst du ja dann ablesen, wenn irgendwann wird es so kritisch sein, aber das dauert noch und wenn das dann der Fall ist, dann kannst du dich zu dem Herrn bekehren. Aber wer garantiert dir den nächsten Tag? Wer garantiert dir, dass du so viel Zeit haben wirst, bis du dann das passiert? Ja, und hier in Matthäus 24 lesen wir das, Vers 48 bis 51. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, das ist das, und dann wird er kommen, wann er es nicht erwartet und wenn er dann gekommen ist, dann wird er verurteilt, wird in Stücke gehauen und sein Platz wird dort sein bei den Heuchlern. Da gibt es so andere Schriftversen, die das eh nicht sagen, aber ich will jetzt weitermachen, weil ich wollte ja fertig werden. Jesus Christus kommt, das ist die nächste Sichtweise und das ist die Sichtweise, die biblisch ist und die richtig ist. Jesus Christus kommt, wir wissen nicht wann, in Markus 13, Vers 32 bis Vers 37. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es wird passieren. Und dann auch in Vers 37 steht es nochmal, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Wir müssen bereit sein. Wir wissen nicht, wann der Herr kommen wird. Aber nicht nur, dass wir nicht wissen, wann der Herr kommen wird, wir wissen auch nicht, was unsere eigene Zukunft ist. Wie gesagt, ob wir den nächsten Tag überhaupt überleben. Wissen wir nicht. Weil manche denken, wie gesagt, ich habe eigentlich noch Zeit, weil es muss ja alles erfüllt werden, was in der Bibel drin steht mit der Endzeit und so weiter. Und noch ist nicht alles erfüllt. Die werden dann ganz kreativ. Die suchen dann alles, studieren alles Mögliche und sagen, okay, dann muss dies noch passieren, jenes muss passieren und, und, und. Und dann sind wir in der Endzeit und dann wird die Entrückung gleich kommen. Aber das dauert noch ein bisschen, das ist noch nicht der Fall. Und das ist trügerisch. Der Herr sagt ganz klar, wachet. Wir wissen nicht, wann es passiert. Und wir wissen auch nicht, wann für uns vorbei ist. So, die Haltung also muss sein für uns in der Endzeit, dass Jesus kommt jederzeit. Ich tue alles, was ich kann, um dabei zu sein. Ich tue alles, was ich kann, um meine Mission, die der Herr mir gegeben hat, zu tun und ich tue alles, was ich kann, um heilig zu bleiben. Ich werde mich nicht beeinflussen lassen oder zu sehr beeinflussen lassen und schon gar nicht vereinnehmen lassen von den Dingen, die jetzt in dieser Welt passieren. Es gibt viele Endzeitablenkungen. Es kann falsche Lehre sein, als ein anderes Evangelium. Es kann Endzeit-Prophezeiungen sein. Da gibt es Leute, die, wie soll ich sie denn nennen, Zeitungspropheten, die dann irgendwelche Zeitungen lesen oder heutzutage Internetpropheten, dann auch von mir aus, die irgendwelche Berichte lesen und dann irgendwelche Verbindungen machen, dann irgendwas aus der Schrift holen und dann sagen, wenn ich jetzt diesen Zahlencode dann noch drauflege und diesen, jenes, dann wird das und das passieren. Es wird demnächst einen Vertrag geben mit jenem Land und so weiter. Und dann geht es noch weiter. Wir wissen mittlerweile, wer der Antichrist ist, kommen dann andere. Und das ging ja über Jahre so. Entweder ist es mal ein Papst, vielleicht ist es mal ein Präsident, vielleicht ist es irgendein islamistischer Führer, was auch immer. Es sind immer wieder irgendwelche neue Leute, die sie entdecken, die der Antichrist sind. Und das sind aber auch Ablenkungen. Weil du kannst dich so hineinsteigern. Menschen, die widmen den ganzen Stunden, Tage, Wochen, die widmen ihr ganzes Leben, aber tun nicht das, was der Herr sonst sagt. Sind damit nur beschäftigt. Das nächste Thema ist Politik. Da kannst du dich auch vereinnehmen lassen. Und du bist dann komplett damit beschäftigt. Und tust den Willen Gottes nicht mehr. Bist nur noch damit beschäftigt. Und merkst auch gar nicht, wie die Politik dazu führen kann, nicht muss, aber dazu führen kann, dass du der Grund bist für Uneinigkeit. Dass du mit anderen, mit denen du zusammen warst, mit Geschwistern zusammen warst, dass du die verbrellst mit deinen politischen Ansichten und Meinungen, die du dir dann angehäuft hast nach einer gewissen Zeit. Ja? Wenn du den nicht wählst, dann kannst du kein Christ sein. Was? Ich möchte keine Namen nennen, um wen und was auch immer. Das spielt keine Rolle. Das kann alles Mögliche sein oder alle möglichen Personen sein. Und da sehen wir, das ist ein Werkzeug, das der Feind auch benutzt, um uns abzulenken. Soziale, ökonomische, ökologische Probleme, all diese Dinge, die sind schrecklich. Aber der Herr hat uns nicht in die Welt gesetzt, um die Natur zu retten, sondern um Seelen zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir die Natur wie Dreck behandeln sollen und dass wir die schlimmsten Umweltsünder sein können, weil der Herr hat uns dafür ja nicht in die Welt gesetzt. Das ist Blödsinn. Der Herr hat uns Ressourcen gegeben, dazu gehört auch die Natur. Und wir sollten verantwortungsvoll damit umgehen. Aber es ist nicht uns als Christen unsere Lebensmission, die Natur zu retten, die sozialen Missstände in der Gesellschaft in Ordnung zu bringen, die Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen und, und, und. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist das Reich dieser Welt. Dieses Reich wird vergehen. Wir sind da, wir sind die Botschafter für ein anderes Reich. Wir sind die Botschafter für das Reich Gottes und da gehen wir hinaus, da haben wir Aufgaben, da haben wir Dinge zu tun. Nun, es ist was anderes, wenn du als Beruf von mir aus ein Wirtschaftsökonom bist, dann beschäftigst du dich mit dem Thema, weil du damit dein Geld verdienst und deine Familie ernährst. Ist in Ordnung, kannst du auch ein Christ sein, wenn du ein Wirtschaftsprofessor bist. du könntest sogar, ich weiß, es ist schwer denkbar, aber du könntest sogar ein Politiker sein und ein Christ sein. Das geht. Du wirst wahrscheinlich nie gewählt für ein wichtiges Amt oder sowas, weil dazu müsstest du lügen und so weiter und das kannst du als Christ nicht wirklich tun. Aber du könntest auch politisch aktiv sein, wenn es dein Beruf ist. Du könntest auch ein Diplomat sein, wenn es dein Beruf ist. Ist ja alles in Ordnung. Aber für einen regulären Christ, der andere Berufe hat, wir machen unsere Arbeit so gut wir können, aber die anderen Themen betreffen uns dann nicht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht dafür interessieren dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht mehr wählen sollen und was auch immer. Man kann alles immer extrem darstellen, wenn man das möchte. Aber was ich sagen möchte, ist, wir brauchen uns von diesen Sachen nicht verrückt machen zu lassen. Eine gesunde Information über die Dinge ist nicht schlimm, aber es kann irgendwann krankhaft werden und dann von dem eigentlichen Zweck ablenken. Darum geht es eigentlich nur. Dann hier der Fokus auf Ich, auf die Selbstverwirklichung. Hatte so eine Sache, die der Teufel extrem gerne benutzt. Das ist der Geist, den ihn selbst ja zum Fall gebracht hat. Ich, ich will so sein wie der Höchste und so weiter. Und so ist es auch heute zu sagen. Ich will mir von niemandem was sagen lassen. Es ist mein Leben. Es ist meine Zukunft. Es ist mein Körper. Es ist dies und jenes und so weiter. Ich mache was ich möchte. Und niemand hat mir was zu sagen. Das geht ja nur mich etwas an. Und das sind die, dieser Geist, der wirkt. Das sind rebellische Geister, die ganz, ganz viele in der Hand haben. Und wir müssen aufpassen, dass davon nichts übergeht an uns. Es ist nicht immer gleich, dass es dann ins Extreme übergeht. Aber es fängt leicht an. Es ist meine Karriere. Der Herr weiß, dass ich ja auch ein Leben habe. Mein Leben. Und ich muss ja auch meine Entscheidungen treffen. So geht es dann mal langsam los. Und nein, ich werde nicht beten, dass es der Wille Gottes ist, sondern mein Wille soll zu seinem Plan werden. So dramatisch und drastisch würde die Person das nicht sagen. Aber das ist die Denkweise dahinter. Nächste Ablenkung sind die Unterhaltungsindustrie oder einfach nur, ich will es nicht weiter ausführen, oder einfach nur unser Alltag. Der Teufel versucht uns so beschäftigt zu machen, dass wir zu fertig sind für die Gottesdienste, dass wir zu müde sind für Bibelstudien, dass wir es auch nicht schaffen können für die Gebetstreffen. Ich rede nicht davon, dass man es mal ausfallen lässt, weil es einfach nicht geht, sondern ich rede von permanent versucht uns so einzunehmen mit unserem Alltag, dass die Dinge, die unsere Beziehung mit Gott ausmachen, dass die vernachlässigt werden. Das geht schnell und einfach. Und da müssen wir auch drauf achten. So, unsere Haltung als Gemeinde, kurz, benutze deine Talente und erwarte das Kommen des Herrn. Achte auf dein Herz, sei wachsam, haben wir vorhin gehabt, wache und bete, und zwar, dass du einmal als würdig empfunden wirst, dem allen zu entfliehen, das ist in Lukas 21 Kapitel zu lesen, und zwar der Trübsal, und vor dem Menschensohn zu stehen. Darauf müssen wir achten und beten dafür. Handle mit dem, was du hast. Der Herr hat dir was gegeben, der Herr hat dir Hoffnung gegeben, arbeite mit der, teile sie, damit noch mehr Leute bekommen. Das ist wie mit diesen Talenten hier in Lukas 19 Kapitel, Vers 12 und so weiter. Wir müssen damit arbeiten, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Wir dürfen nicht faul rumliegen und sagen, ich bin wiedergeboren aus Wasser und Geist, ich warte, bis die Entrückung kommt. Der Herr will uns benutzen. So erwarte aber auch geduldig sein Kommen. Überwinde die Welt das Fleisch und den Teufel. Und das kannst du tun mit dem Heiligen Geist, den der Herr dir gegeben hat. Gottes Wort sagt uns ganz deutlich, wie wir uns in den aufkommenden Krisen verhalten sollten, und zwar die in der Endzeit passieren. Wir sollten uns davon nicht zu sehr vereinnahmen lassen, dass wir die Gegenwart komplett vernachlässigen und unsere Mission vernachlässigen, die der Herr für uns hat. So vieles von dem, was passiert, wird auch außerhalb unserer Kontrolle sein. Du wirst nichts ändern können. Du kannst dich aufregen über die Politik, du kannst dich aufregen über alles Mögliche da draußen, aber ist es tatsächlich in deiner Kontrolle? Es gibt Menschen, nicht nur Christen generell, es gibt Menschen, die verschwenden so viel Zeit und Lebensenergie, sich über solche Sachen aufzuregen und können dafür gar nichts ändern. Und das ist Zeitverschwendung. Unruhige Köpfe, unruhige Sinne oder Geister, die mit aktuellen Ereignissen so beschäftigt sind, so vereinnahmt sind, die haben keinen Raum für gute Ideen, für Pläne, für Ziele oder um Wurzeln zu schlagen und auch zu wachsen. Nein, die sind immer unruhig, die haben immer irgendetwas, die müssen immer noch ein neues Thema nachrecherchieren und ich wusste es doch, die Pharmaindustrie und was weiß ich, was es sonst so alles gibt. Unruhige Köpfe, unruhig, die ganze Zeit über, nicht mal einmal, sondern immer wieder. Finsternis und Untergang, das ist in manchen Köpfen so stark verbreitet, dass sie Angst haben, manche Menschen sogar Familien zu gründen, die sagen, in diese Welt kannst du keine Kinder setzen, guck dir mal, wie verdorben das alles ist und so weiter, sind so da drin vereinnahmt worden oder ein Haus zu bauen oder eine Ernte zu pflanzen oder irgendetwas anderes Aktives zu machen, das hat alles keinen Sinn. Denk immer daran, dass Gott immer noch im Reich der Menschen auch regiert. In Daniel 5, Vers 21, brauchen wir nicht lesen, da hat er erkannt, der Nebukadnezar, als er unten Gras gefressen hat. Der Herr hat mich gedemütigt. Der Herr ist derjenige, der Könige einsetzt und er hat auch die Könige wieder absetzt. Er weiß, was er macht. Wenn er mit einem Präsidenten, einem Kanzler, Kanzlerin nicht zufrieden ist, er kümmert sich drum. Du kannst dich drum ärgern, wenn du dich ärgern möchtest, kannst du dich ärgern, das ist kein Problem, aber der Herr kümmert sich drum. Ja, ja. Jetzt ist die Zeit gekommen, unser Brot auf das Wasser zu werfen und uns mit der Arbeit des Königs zu beschäftigen, während wir auf seine Rückkehr warten. Der letzte Vers, dann sind wir fertig, Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Siehst du, du kannst das sehen und kannst Angst bekommen oder du kannst es sehen und sagen, Wahnsinn, der Herr kommt bald. Und so sollten wir es sehen. Preis den Herrn, lasst uns mal gemeinsam den Herrn anbeten, ihm danken, dass er uns führt durch diese Zeit hindurch. Halleluja, Herr Jesus. wird